Guten Abend, kleiner Schatz. Na, bist du beim Mampfen? Hm, hab ich nämlich schon gehört. Hast du denn noch genug? Ich hätte da nämlich noch so 11.900 für dich. Willst du mal noch eine neue Schüssel haben zur Nacht? Wo habe ich die denn jetzt hingestellt? Hier oben. Ups, weiter, jetzt ist das Gitter hier runtergerutscht. So, jetzt. So, wenn sie mal schauen wollen. Da wäre noch Nachschub. Und die Blaubeeren waren auch lecker. Ja. Super, super, klasse. Willst du dir gleich einnehmen oder soll ich erst wieder zumachen? Hm? Lass mich raten, du willst die an mir vorbei, ne? Nee, das lassen wir mal aus. Du kannst bald wieder raus. Ganz super schnell, du willst bald viel. Aber nicht jetzt schon. Nee, nee. Usch, usch. So. Ich mach wieder zu. Und du isst schön deine Romis, ne? Guten Appetit. Guten Appetit. Okay.